Hallo Leute, was geht? Hier ist wieder I Don't Need a Nick mit Madi, beziehungsweise Bescher503. Tag. Und wir machen nämlich hier eine Folge Beat I Don't Need a Nick im 1 gegen 1. Und ja, wie man sehen kann, er spielt Melzaha, ich zock mit Gangplank. Wir beide spielen wieder Mitte. Ich denke, es wird im Early sehr einseitig sein, aber im Late, keine Ahnung. Und warum meinst du, also du meintest eben, dass du mit Melzaha doch gute Chancen hättest? Gegen einen Gangplank in der Mitte? Ja. Okay, wie war das? Das macht, wir haben 1 gegen 1 wenig Unterschied, wo man dann im Endeffekt ist. Ja, auf Top oder so hätte ich auch einen AD genommen, also Fernkämpfer. Ja, das macht ja keinen Unterschied, ob man jetzt Top oder Bot spielt, meiner Meinung nach. Also ich habe nicht so viel Ahnung vom Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bot, Top, für mich ist das eigentlich dasselbe, nur halt, dass die meisten halt Bot gehen. Wenn die Zweit sind, oben gehen die meistens alleine. Warum oben? Also es ist ja eigentlich so, dass, ähm, also Jungle ist klar, dann geht einer Solo-Top, ein, äh, Aufträgen meist. Ja klar, aber warum geht einer Solo-Top? Weil einer im Jungle unterwegs ist. Ja, und warum geht man nicht Solo-Bot? Weil unten immer, ähm, AD Carry und, oder AP Carry, je nachdem, und, und Support spielt. Also ich könnte das verstehen wegen, äh, wegen Dragon unten, ähm, dass dann mal einer einfach Dragon legen geht. Weil Baron alleine legen ist ja nicht so drin. Nein, eher nicht. Eher nicht so. Ja, bisher schon. Okay, du hast AD. Du hast AD. Klar habe ich AD. Ich habe mir wieder welche geholt. Ja. Mit meinen Paar, die ich hatte. Das ist so gut. Oh, ich muss verdammt aufpassen. Ja, deshalb spiele ich Gangplank. Und ich muss fangen. Also, was, ich habe nur ein, Minion. Mein Gott, wie das? Ich habe schon drei. Das geht und so, ne? Ja, aber, das ist meine solche. Ja, genau. Ähm, wie machen wir, zwei Tower oder bis zum Nexus? Ähm, was? Ja, dass man zwei Tower zerstören muss und dann gewonnen hat auf Mitte oder, äh, zwei oder, ähm, den Nexus zerstören. Uff, deutlich bis Nexus, ne? Okay. Was? Wie war das nochmal? Wasserawater. Ah, fuck. Ich habe achtet. Wieso habe ich so wenig? Ach, ja. Na na scheiße, bist du wohl gespielt, weil vorsichtig. Na na scheiße, bist du wohl gespielt, weil vorsichtig. Ja, was sollst du auch. Ich hasse dich. Ach, fuck. Alter. Hau einfach noch mehr Kritz raus. Ja. Ach, fuck. Das stimmt. Was? Boah, jetzt habe ich den oberen nicht bekommen. Ich finde, mana-failst gerade. Los. Mana-Probleme. Aber keine Ahnung, warum. Weil, meine Wolke, gibt ja mana wieder. Ach, fuck. Du stirbst aber, komm. Boah, komm, was ist unfair. Halt's da, ich sterb doch nicht. Boah, ich geh auch mal zurück. Boah, wenn ihr so bloß attackt den durch. Wo, dann 100 Leben. Ja. Zurecht. Warte, nämlich, na doch. Nämlich das. Kann mir nix mehr leisten. Also, Malsahat ist ziemlich gut, Mitte, ne? Ja, warte ab, warte ab. Ja, es kommt drauf an, wie man spielt. Ja, du spielst sehr aggressiv, würde ich sagen. Du spielst die ganze Zeit hier, ich krieg die ganzen oder versuch die ganze Last. Ja, du, äh, das ist Malsahat-Style. Einfach die Wolke draufzusetzen und dann die Minden zu bekommen. Weil dann genau das passiert und du bekommst Schaden. Und dann irgendwann, ja, dann bis heute fort. Aber aus einem anderen Grund wirst du gleich noch sehen. Ja, okay. Wir werden zoffen. Aber ich kann in einem Late Game, wenn ich mal nichts gegen dich machen, gar nichts. Ach, Mann. Nein, das kann jetzt nicht sein. Ach, fuck. Wir werden nicht mal sehen, Landratte. Ich bin noch nicht bekloppt. So, ich kann mal an, aber ja, kacke. Hast du schon mal gegen Malsahat gespielt? Ja, klar, schnauft's. Ach, fuck. Scheiße. Das sind immer nicht, irgendwann bis man tot. Ja, freaking... Ach, so, lass. Ach. Also, ähm, ja, ich sag mal, also, ähm, Malsahat ist mein Main-Trap. Mhm, okay. Und Arise countert ja Malsahat eigentlich und ich zerstöre jeden Arise. Ja, ich hab keine Ahnung, wer wen countert. Ich geh einfach mal drauf. Du musst aber guten Adi schon. Dann kaufe ich mir noch. Ja, und dann muss ich mir auf jeden Fall das kaufen, auf jeden Fall. Du bist ja schon wieder. Ja. Boah. Ist nicht ehrlich, oder? Na ja, na ja. Malsi, Malsi. Ist der Malsahat. Ja. 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 Es spielt es auch. gerade richtig aggressiv. Hm, sag eher, das ist mal Sarah-Style. Doch, komm! Tower? Ich hab'n Tower. Oh, Vieh! Ich laus' der Affe! Ich hab' dich benötigt versennt, Landratte! So, der blöde Flächenschaden geht mir grad auf den Sack. Was für ein Flächenschaden? Also, ähm, das Blitzding, was du da machst. Keine Ahnung, wie das heißt. Ach, du meinst, ähm... Ja, geht! Ja, Tower! Tower, genau. Du meinst, die Wolke? Genau. Böde, alte Wolke. Ach, und wie fahr' das mit den Farmen? Ja, jetzt farm's hier ordentlich. Du brauchst nur einmal draufzumachen, und dann... was in deinen Farmen? Was auch hast du da hören? Was das Problem ist, ich hab' äh... also ich spiel' eigentlich mehr Off-Tanks als... äh... jetzt AP. Aber, und deswegen hab' ich mein AP-Ruhnenbild noch nicht voll. Ich hab' meinen auch noch lange nicht voll. Ach, kein Mann, aber... kein Mann. Wenn er uns weggeht, ist ein Tower Dawn. Ja, ich weiß. Ich hab' die Wolke... Da hat er gesagt, mein Tower ist sowieso down! Ich lasse der Apex! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Nein! Nein, Scheiße! Ich hatte keine... ähm, keine Marnas für meine Ulti! Das war's Problem! Aber okay. Ach, ja. Ich weiß grad' gar nicht, was ich mir hol'. Ich hol' mir irgendwas. Ach, Scheiße. Wenn ich den Tipp geben darf... Ja. Äh... kauft dir... äh... Phantom-Tänzer. Ähm... ne. Am besten... am besten drei. Doch so spielt man ihn! Das, äh... so ziemlich... ...schlecht würde ich sagen gegen... ähm... AP. Okay. Ja, bloß im Late-Game, ne? Ja. Wenn dann, na... Du musst an mich rankommen, also... Ja, da muss ich erstmal nicht rankommen, ne? Ja, stimmt. Aber jetzt hast du sowieso verloren, mein Scherz. Meine Wolke frisst sich jetzt da so... äh... durch. Ich fand's cool. Ich fand's cool. Oh, Mana! What the fuck? Oh, fuck. Hm, knapp. Ich hatte jetzt... äh... ne, oder? Nein! Ach, ich glaub's nicht. Ach, ich glaub's nicht. Ein Klappalter, Mann! Gut. Ich hab fast mehr Angriffstempo als du. Pff, Angriffstempo brauch ich nicht. Ich brauch Schaden. Haha, ich sag nur Temurun. Temurun? Temurun? Temo. Temo, ach so. Na klar. Ey! Wieso... ist die jetzt abgebrochen? Keine Ah... scheiße. Mann ey... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist auch meine Oldie abgebrochen. Das ist nicht. Ha... Obwohl doch, ich könnte gelaufen sein. Ach, scheiße. Egal. Ja, ich glaub du bist gelaufen. Ah... Wo bist du denn jetzt? Was? Ja. Weg. Ich war... Bayes und ich bin wieder hier. Warne oder? Boah! Kann ich nicht fahren? Weide wegen Baum und so. Ja, genau. Weide wegen Baum und so. Ja, genau. Ja. Das ist mal so. Style. Wie gesagt. Nein. Lacker. Vor allem, ich kann mich nicht mal bewegen oder sowas. Ja. Oh ey, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich darf von Frecken. Boah! Wie du fokussiert mich der Tower? Das ist bloß. Boah! Ja, weil du nicht angerufen hast. Ja, wow, aber danach an einer Zeit. Ja, weil du mir Schaden zugefügt hattest. Ich will nicht aber noch sehr buggy von meiner. Warum? Ja, guck mal, ich hab dir Schaden zugefügt mit der Wolke und dann bin ich aus der Tower endlich wieder rausgegangen und dann ja. Du hattest mir trotzdem Schaden noch immer Schaden zugefügt. Ja, das stimmt's. Nein! Meine Maus! Ja. Aber wieso warst du so schnell wieder hochgehielt? Ja, siehst du mal. Wieso? Wegen Wehe und äh, war ein pirisches Zepter. Scheiß, ja, so ist ja... Ach, dann komm ich mal viele der Ohr alten. Ach, genau, dein... ein Vladimir-Match mit der Warmox. Genau. Das, äh... Wladimir ist und schalte ich nicht auch sehr oft Spiele und ich würde ja empfehlen, statt der Warmox, äh, Wille der Ohr alten. Im 1 gegen 1, würde ich sagen, bringt das nix. Doch, da, du, um... Ja, Zauberarmpia, aber habe ich für die Kuh auch. Ja, äh... Ja, eigentlich hast du recht, aber trotzdem. Ach, kack. Du hast genug, ach, kack. Du hast kein Zauberarmpia, du hast die Kuh, die, äh, Dingslaub. Ja, und, äh, weh macht es auch, glaub ich. Ja, aber... Trotzdem... Ich würde mir, würde der... Word... Wie... Alter! Du späst die weh, die, ja, die weh, oder? Ähm, auch. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Dupa-dupa-dii-pa-da. Ja... Wie gesagt, im Late-Game wirst du... eher... winnen. Weil, wie... Oh mein Gott, meine Maulzeit! Nein, komm, ist das unfair! Nein! Ich werde aber beinahe noch gefreckt. Hätte ich dann nicht noch ein paar Gegner. Oder, ey, ich bin ARD mal da. Ich bin auch. Ja, genau. Los, Adem also. Es wird keine Ruhe geben, bis ihr von der Rabau. Naja... Äh, ach, genau, weil... Radimir in 1 gegen 1, obwohl, Warburg ist okay, aber... ich würde mir dann Stundenglas kaufen, weil das klingt ja... Ehrlich? Ja. Ich habe nur zwei Warburgs gesehen. Ja, fast getroffen, ne? Ah, fuck. Du, ich bin nicht stumm! Nicht? Verdammt! Was? Ja, das war so was zum Glück, was das jetzt kommt. Ja, wegen wer stummelt. Holzsächer Rund. Wölzungs, Konsequenzen Rund. Ja! phải bankiert. Mein Problem habe ich momentan gar nicht. Du hast ja auch einen komischen Scheiß-Kelch da geholt. Ja! ich weiß nicht warum er ist leuchtet das war es und die ist es fällig und die heutigen Schaden Bordecoche Magieres Orne oder das hat mich auch den Kölz geholt weil ich mal ein Problem haben und Magieresistenz deswegen bestimmt ok dann spielen wir gleich mal Galio gegen GPR Galio ja dem habe ich noch gar nicht gespielt oder gegen den was warum weil der wenn du wenn ich mir Magieresie kaufe und wenn ich Galio spiele dann bekomme ich die Hälfte der Magieresie als Fähigkeitsstärke ok und gegen den AP in der Mitte ist es wohl echt nice und ich kann nicht fahren und somit für die ich gerade was du sie da für die Sachen sieht man es nicht du schläfst das ist auch immer und ich habe wieder fast vorgegeben das ist nicht heiße wie oder so aber ein Piazza ob wurde schon nur runtergestuft mit dem vor vorletzten Pätsch nicht Prozent von 15 Prozent Prozent für den Lebensraum auf zwölf auf 10 Zimt Scheiße ich hab wollte gemacht so klar auch vor dem hat sie noch 100 jetzt wird es auch lustig klinge der unendlichkeit doch mehr oder doch ich mach so kritz wie scheiße ehrlich und die machen viel schade ja obwohl stimmt wie heißt es mal okay wenn du dir so ein kech kaufst dann kauf ich mir auch ein kech von tomtenzer bringt es doch stimmt er hat ja chance auf kritische treffe habe ich vergessen ehrlich ehrlich ist es nicht gedacht war ja ich habe jetzt gedacht nur angriffstempo was bringt in die scheiße das bringt viel so natürlich du willst mir erzählen das angriffstempo nichts bringt gegen fernkämpfer wie dich also wo ich mal ein mal zu schießen und dann wieder wegrennen das ist nicht so wirklich doch dort auch nur höhere chancen wird auf der reich war es so lehrt man es jetzt so wo sie eh die schädigte m das ist so sehr die menschliche jahre Mann, geh weg! Mit einem komischen Piraten! Yo! Du kriegst einfach noch mehr! Mein Gott! Wie gesagt, im Late-Game hast du und um. Ja, ziemlich. Wie ist das irgendwie fail? Ich verliere! Zumal... Hallo, wie heilst du dich? Äh, mit weh und durch vampirisches Zertun. Ja, bloß... nein, ich mein, wie hoch? Ach so, ähm, 360. Aber wieso? So viel ist das eigentlich nicht? Natürlich, es ist mega! Also ich hab 2000 Leben. Ja, ja, Ziele mit einem so 100 Pistole, halbes Leben genau. Ähm, Durchschluss? Ja, hier dich einfach mal. Ach, Kacke. Kacke, Kacke, Tara. Aber das nächste Mal, oder wenn wir noch was machen, keine Ahnung. Ja, kann, wir machen, klar. Ja. Okay, cool. Dann... Wär es schon fair, wenn wir, ähm, gleiche, ähm, Genre nehmen, ne? Also, meins AP oder AD. Okay. Ja, ähm, also Nahkampf und Nahkampf und Fernkampf und Fernkampf und so. Ja, genau. Das wär sehr nice. Weil sonst ist ja unfair, oder? Ja, okay. Kann man machen. Ach, dein Tag super war sein. Mhm. Ich geh mir jetzt Barren holen. Viel Spaß dabei. Ich weiß, dass du den schon gem- gemacht hast. Nee, doch nicht. Okay. Alter und deine Kack machen hier. Ja, so viel hab ich gar nicht. 110. Ja, nein, 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 nein und 20 Rüstung. Ja, das ist auch gut. Da muss mir scheit das sehr wenig. nicht ich habe keine Mahnung ich weiß nicht, dass wir auf dem Turm haben hey warum ja hielt ich noch umher ich weiß, wie du meiner Ulti entkommst, aber sag ich dir das nicht, das sag ich dir ja am Ende des Games das ist ein Bluboff, den ich brauche ach man, warum hat der die Ulti nicht gemacht? war doch die Ulti war doch nee, er hat keinen cooldown war nicht nein nö ach so, Jamba, ja ja, genau ja, genau ja, ich schaue mal das ob das was bringt Ruh, äh, ruft des Hankers genau äh, äh, läd nicht mehr da, du, äh, ja ich hab's mir mehr wegen Crit geholt was WTF, 18 wurde leer alter was sind das für Gangplinger hat man früher übrigens, äh, mit mit fünfmal Ruf des Hankers gespielt, da sich, ähm, die Werte ähm, also, die passiviert ist ja das du, ne, so war das ja 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 genau deshalb nein, das hab ich man, scheiße hätte ja auch irgendwie geklappen können, ne äh, haha ähm hm ach so aber wieso machst du das auf mich was ja guck, du ist ein Teil da ja, aber warum nicht, ne haha okay, dann weiß ich jetzt, was ich mir kaufen muss nein, nicht den Inhibitor, komm haha wo ist es da ach ach, deswegen bin ich grad naja mhm was dann, erzähl ich bin eben nur aus einem Grund gestorben warum ach nach stundenlos, ja ja, ne ja, genau ja da war doch was da war ja was verdammt boah deine kack super oh mein gott fokussiert auf mich im minute fokussiert auf mich na gut ja du bekommst keine mehr wegel gut, dass du noch viel mal da hast ok, das ist ja nicht soweit zurück, ne jetzt willst du es aber wissen, ne äh, ich hatte keine, keine mana für meine Wolke es wird keine Ruhe gehen bis zum Glück das ist draufgegangen, da die jetzt schon äh, 500 Schaden mag ja welch auch richtig ja darf man eigentlich auf anderen Lanes, äh, 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 brauchst du ja von dem Marx der Team hat einen Turm zerstört dance wow, die ganzen Minutes hier okay ja, da kannst du wieder farmen, ne boah jetzt hab ich nicht alle bekommen ach ich auch ja hm, genau ich hab nicht mal weh genutzt zum heilen ja na, das war's, ne na, das war's, ne na, da wird die anderen aber noch pushen mal, schau ok, ja ja ich lasse da ab noch ein Kampf zwischen uns ja, ok warte, mit dem Tower schrotten boah watsch ok ok warte nur angreifen ok, komm her wenn ich raus boah, du musst was ich bin feige, ne ich bin feige, ne sehr feige alles doch und du musst mehr schaden ja, genau genau öh 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 ok, das gewann öh 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 es ist es ist eigentlich total wenig aber das hat als nächste das ist ja alles nicht, dass die Erwahrung verkauft öh n ne, da hat es mit dem Frosthauber geholt und es geht um warum nicht na, 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 warum nicht so, wie einmal die KDU und dann, dann brauche ich keine Schuhe mehr ne Warmoth und ne Blutdürstern Scheiße Scheiße und jetzt ich holte sie drauf und angehelfen ist mir egal ob ich sterbe ein Hit noch schl schl jawohl gg so, also du wirst noch ne Revanche ja, ich will noch Revanche ok, alles klar dann, äh, sag ich mal auch wenn ihr Bock habt mitzuzocken beat idol nieder nick, egal welches game, ähm, schaut mein 1000 Abonnenten Special, da hab ich die Sachen in der Video Beschreibung gepackt, da könnte man durchlesen ansonsten tschüss und bis dann tschüss und bis dann tschüss.. tschüss und danach